Wenn ich hier fertig bin, hast du ein Lächeln im Gesicht. Alles neu bei Passion. Hallo. Juhu. Du bist endlich bereit für eine offene Beziehung. Gefällt es dir so? Was immer zwischen Ihnen und dem Mädchen läuft, ist allein Ihre Sache. Umwerfend. Was ist das Problem hier? Wie man sich bettet, so zack, liegt man. So ist es, wenn man die Finger nicht voneinander lassen kann, ne? So geht echte Leidenschaft. Ach, Gott sei Dank. Ja. Oh, herrlich. Passion. Infos zum Abo auf passion.de und auf RTL-Text, Seite 647. Erschieß mich, wenn wir mal so...